Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Endlich geht der Pflichtspielfußball auch für deutsche Mannschaften wieder los. Ich bin relativ heiß, die Champions League kommt auch noch die Tage. Ich sag das einmal vorab und werde es vermutlich in den nächsten Prognosen immer mal wieder wiederholen. Es kann sein, dass zwischendurch Spieler in Erscheinung treten, die durch einen Wechsel dann bei dem Verein an dem Tag nicht mehr spielen. Ich nehme das ja immer im Vorhinein auf und so kann das dann leider manchmal zu so einer Situation führen. Das tut mir dann leid, ist aber nicht zu verhindern. Eine zweite Sache, die Champions League geht ja zum Glück auch wieder los. Ihr könnt, wenn ihr für 2 Euro zum Mitglied werdet, das auch schon vorab sehen. Da könnt ihr die jetzt quasi sofort schauen nach dieser Prognose oder ihr wartet ab und dann gibt es das morgen und übermorgen. Also es ist kein exklusiver Content, den nur die Mitglieder sehen, aber die Mitglieder können ihn halt früher sehen und da gibt es dann auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material und so. Also ist eure Entscheidung. Ansonsten jetzt erstmal viel Spaß hierbei und dann würde ich sagen, geht's los mit Donetsk gegen Wolfsburg. Viel Spaß! Die Ausgangslage für den VfL Wolfsburg könnte deutlich besser sein. Das Hinspiel verlor man mit 1 zu 2 Schachter Donetsk, also klar in der besseren Position und die in orange gekleideten Gastgeber starteten auch gut rein. Tyson über links, der erste Abschluss dann zum Glück von Pongracic noch unterbunden, aber das war hier beeindruckend, wie Schachter loslegte. Und der VfL Wolfsburg musste sich tatsächlich erstmal schütteln, vielleicht über eine Standardsituation. war schon eine halbe Stunde hier knapp gespielt. Maximilian Arnold tritt den rein. Tyson, dann gab es plötzlich Elfmeter. Tyson soll sich an den Arm geköpft haben. Hat er wohl auch, sieht aber trotzdem aus der kurzen Distanz dann sehr unglücklich aus. Im Hinspiel hat Verhorst verschossen und jetzt macht er es nicht besser. Das wäre es noch gewesen im ersten Durchgang, den Eintreffer schon mal zu machen. Nein, 1 zu 0 würde ja nicht mal reichen, aber es hätte die Basis gelegt für eine vielleicht aussichtsreichere zweite Hälfte. Jetzt steht es 0 zu 0 und man muss weiterhin zwei Treffer erzielen. Verhorst vermutlich in nächster Zukunft erstmal nicht. Tor oder Elfmeterschütze Nummer 1. Doch der VfL Wolfsburg machte es dann besser. Gerhard heute als rechter Verteidiger aufgeboten. Da hat man Mangel momentan und es wird richtig brenzlig. Admir Mehmedi mit dem Kopfball und der Gitarre scharf vorbei. Piatow bleibt nur noch das Hinterherschauen. Da kann er sich wirklich glücklich schätzen, dass er da nicht eingreifen muss. Extrem knappe Situation. Donetsk bekam dann Räume und die Möglichkeiten hier dann frühzeitig alles klar zu machen. Ja, der VfL Wolfsburg braucht so oder so zwei Tore. Aber das 1 zu 0 für Donetsk würde hier vermutlich den moralischen Stecker ziehen. Es sollte aber noch nicht fallen. Somit der VfL Wolfsburg zumindest theoretisch weiterhin mit dabei. Aber das 1 zu 0 musste irgendwann fallen und Donetsk war deutlich besser und dichter dran. Hier bekommt der VfL eine Ecke nicht geklärt. Und Kastilz muss sich mal beweisen. Dann macht er dann gut, hält weiterhin den VfL im Spiel. Aber die Zeit verstrich und man sprang schon jetzt in die Schlussphase. Keine fünf Minuten mehr regulär zu spielen. Noch einmal der VfL Wolfsburg mit gebündelten Kräften. Man ist eben auch nicht mehr so richtig in der Routine drin. Gerhard noch einmal über rechts. Wehrhorst legt quer das Maximilian Arnold. 88. Minute, das 1 zu 0. Das war notwendig, um hier eine spannende Schlussphase und Nachspielzeit noch einmal zu kreieren. Aber sie kam nicht mehr. Donetsk verteidigte das dann souverän runter. Verliert mit 1 zu 0 und zieht trotzdem in die nächste Runde ein. Der VfL Wolfsburg wird dem verschossenen Elfmeter noch hinterher trauern. Für Bayer Leverkusen sah die Situation am frühen Donnerstagabend deutlich besser aus gegen die Glasgow Rangers. Und man hatte die Möglichkeit, mit einem frühen Freistoßtreffer hier eine noch bessere Ausgangslage herauszubekommen. Haarwärts ans Aluminium wunderbar getreten. Das wäre der perfekte Auftakt gewesen. Das Hinspiel gewann man in Schottland ja mit 3 zu 1 und konnte damit zumindest mal ein Ausrufezeichen setzen. Dennoch ist die Frage, wie eingespielt ist man Glasgow sicherlich auch nicht so dabei, wie man das erwarten würde in Topform. Und in der siebten Minute konnten sie dann trotzdem zuschlagen. Frühe Führung für Bayer 04, Julian Baumgartlinger, wunderbarer Kopfball und der schlägt dann links ein. Glasgow schüttelte sich kurz, brauchte jetzt sowieso drei Tore. Aber die würden momentan dann nur zur Verlängerung reichen. Den Tab so bar bekommt es da nicht geklärt, sieht ziemlich gefährlich aus. Es bleibt aber beim 1 zu 0 nach 45 Minuten. Baumgartlinger hatte hier doch für deutlich entspanntere Verhältnisse gesorgt. Und weitestgehend hatte Leverkusen das hier auch im Griff. Glasgow wurde jetzt aber stärker. Arribou legt zurück, kein Abseits und Alfredo Morelos mit dem 1 zu 1 in der 66. Spielminute. Das erste Highlight des zweiten Durchgangs brachte Leverkusen jetzt vielleicht doch nochmal in Verlegenheit. Das ist Kai Havertz. Scheitert dann McGregor, das postwendende 2 zu 1 hätte hier dann vermutlich für die allerletzte Ruhe sorgen können. Jetzt muss man doch nochmal aufpassen. Aber Leverkusen machte das gut, hielt den Ball vom eigenen Tor fern. Da bekommen sie den Ball nicht geklärt. Jetzt die Rangers und Jonathan Thar profitiert von dem Durchsetzungsvermögen von Julian Baumgartlinger. Thar hält den Fuß hin in der Mitte und er zielt das 2 zu 1. Das war jetzt wirklich die entscheidende Situation. Leverkusen hatte die Ruhe weg, spielt jetzt teilweise sogar richtig gut auf. Die Habib Havertz, schöne Drehung. 3 zu 1 in der 87. Damit war alles besiegelt stark, wie sich der wieder durchsetzt. Und McGregor bleibt nur das Hinterherschauen. So blieb es beim 3 zu 1. Das ist mal ein Ausrufezeichen und so kann man dann sehr positiv reinblicken ins Viertelfinale. Für Eintracht Frankfurt muss ein regelrechtes Wunder her gegen den FC Basel. Vor der Corona-Pause verlor man das Hinspiel zu Hause mit 0 zu 3. Das war wirklich eine ganz schlimme Phase bei der Eintracht. Hier wollte man es besser machen, dass es Gacinovic, der erst scheitert, aber nachsetzt und in der 24. Minute tatsächlich das 1 zu 0 erzielen kann. Und wenn eine Mannschaft das vielleicht schaffen kann, dieses 3 zu 0 aufzuholen, dann diese der Eintracht. Und Frankfurt legte weiter nach. Basel komplett neben der Spur. Da kam nach vorne überhaupt nichts. Das ist Sebastian Rohde. Bleibt im Ballbesitz. Und Gacinovic mit dem 2 zu 0. 31. Minute. Plötzlich fehlte nur noch ein Tor. Es ging ganz schnell, so schnell, dass Basel nicht hinterher kam. Es ging mit dem 0 zu 2 in die Pause. Und das sollte doch jetzt nochmal Mut geben für den zweiten Durchgang. Aber immer in dem Wissen, ein Tor von Basel könnte hier wieder alles auf den Kopf stellen. Trotzdem, drei Auswärtstore sind hier Pflicht. Chandler. Hat zwischendurch in der letzten Saison immer wieder seine Torjäger-Qualitäten aufblitzen lassen. Von dem man lange Zeit gar nicht wusste. Hier wird er dann im letzten Moment noch gestoppt vom Schlussmann. Der Schweizer. Der anschließende Eckstoß. Kostic. Kopfball Schändler. Der war richtig motiviert. Und das war richtig motiviert. Und hätte das 3 zu 0 auch um ein Haar erzielen können. Die Zeit wurde aber auch knapper. Frankfurt aber hatte weiterhin alles im Griff. Das 3 zu 0 lag zumindest in der Luft. Und sie rannten noch einmal an. Kostic setzt sich da stark durch. Zieht in den Strafraum ein. Kostic hat den Kopf oben. Und da ist Paciencia. 3 zu 0 in der 87. Minute. Kaum zu glauben. Aber sie haben diese Katastrophe aus dem Hinspiel wieder wettgemacht. Und das war für den FC Basel richtig bitter. Im ersten Durchgang der Verlängerung kam nichts. Wir springen in die zweite Hälfte. 110 Minuten knapp gespielt. Und jetzt kam der FC Basel. Das ist Campo. 111. Minute. Aus dem Nichts. Es kam nichts mehr auf die Torhüter entgegen. Und jetzt schlug Basel zu. Eine Möglichkeit gab es noch. Und es war wieder Schändler. In der 120. Spielminute. Das 4 zu 1 hätte sie eine Runde weitergebracht. Aber Frankfurt hat es nicht gepackt. Dieses eine Gegentor. Das war eben eins zu viel. Und trotz eines souveränen und richtig guten Auftritts. Der zum 3 zu 1 Sieg führt. Fliegt Frankfurt aus der Europa League raus. Im Achtelfinale. Am Rückspiel hat es nicht gelegen. Man hat sich das schon vor der Corona Pause verspielt. Jo. Das war es dann auch wieder mit dieser Prognose. Wie gesagt. Schaut gerne mal auf dem Mitgliedsbutton vorbei. Ansonsten gibt es auch regulär die Champions League. Morgen und übermorgen. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Ein Abo da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Und Adios. soll один 보� Zoe sein. Assim geht.